Tomaschke ist irgendwie verletzt. Ich habe das gerade noch kurz gesehen. Ob das jetzt was Schlimmes ist, keine Ahnung, aber wir haben ja Jonas Klein, von daher alles entspannt, alles locker. So, ein bisschen schneller machen, das müssen wir ja nicht, das kennen wir ja alles, das ganze Zeug. Trainingsspiel, wir fangen am besten mal mit einem Technik-Training an, weil Technik, da fängt es einfach an, halbe Stunde. Und wir müssen das Ganze ein bisschen höher legen, weil Luschen nützen mir nichts, das ist ganz klar. Dritte Liga war das noch lustig, da konntest du nur eher sagen, da war die Messlatte nicht so hoch. Dass man dann sagen konnte, ja, das passt, den können wir da reinnehmen, oh Gott. 15 haben wir noch, okay, jetzt haben wir aber glaube ich auch wirklich die Crème de la Crème. Dieser 100 Leute, die hier hinkommen. Passübung, machen wir jetzt nicht so lang, 20 Minuten, würde ich sagen, auf eine 30. Also das dürfte man auch eigentlich schaffen können, hoffe ich zumindest. Fällt keiner raus, also das geht. Wurde die Technik haben, können die meistens noch passen, das ist klar. 1 gegen 1, das heißt, du findest Torhüter, glaube ich. Und du findest auch abschlussstarke Spieler. Machen wir mal 33. Mal gucken. 2 Spieler fahren raus. 13 haben wir noch, 2 Übungen left. 5 gegen 2 müssen wir nicht. Torschuss. Sprints. Kopfballtraining. Das mache ich, glaube ich, zu selten, das Kopfballtraining. Aber nee, müssen wir mal 20, glaube ich, machen. 30. Das ist dann schon das höchst angelegte. Dann will ich mal was sehen. Dann will ich mal was sehen. Fällt keiner raus, das ist auch in Ordnung. Und jetzt machen wir, glaube ich, noch... Ne, 5 gegen 2 bringt, glaube ich, nichts mehr. Lauftraining, Sprints. Wollen wir einfach mal gucken, ob hier noch ein paar Sprintschnärge-Spieler dabei sind. 34. Und was dann jetzt rausfliegt, hat das Pech gehabt. So, 3 fahren raus, das heißt, 10 haben wir. Das ist eigentlich eine ordentliche Zahl. 85 schon nach der ersten rausgefallen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir haben hier. Zumindest mal nichts Junges. Und wenn wir was Junges haben, dann sind es Pfeifen. Gucken wir das mal gerade hier durch. Talentmäßig. Da kann man gar nichts zu sagen. Eher hier, oh Gott, ein halber Stern. Das habe ich gesucht, das brauche ich unbedingt. Der hätte theoretisch, also zumindest von Bräutigam, bekommt er hier 3 Sterne. Aber bitte, mit 26 Jahren eine 41. Was soll denn da noch gehen? Thorsten Reisinger, 2 Talent-Sterne. Nico Klausen. Nö, also, ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, überhaupt keinen mitzunehmen. Weil wofür soll ich mich da reinsetzen, wenn es nichts bringt? Ich meine, wenn der jetzt wenigstens irgendwas könnte, der 19-Jährige. Aber er kann ja gar nichts hier. Das muss nicht unbedingt verlässlich sein hier. Das steht auch da. Das steht auch da. Aber ich glaube, die Chance, dass wirklich dann jetzt da was rauskommt bei, ist relativ klein. Deswegen, wir machen hier gar nichts. Also, wir nehmen da keinen unter Vertrag. Dann ist es in Ordnung. Ja, eine Leistenszerrung hat sich Domaschke geholt. Es ist aber, glaube ich, relativ easy wieder, dass das ausgeheilt ist. So, zumindest schon mal alles auf 4 Punkte. Dann können wir mal gucken. 5 Stück können wir noch. Das hier muss hoch. Bei der Taktik müssen wir nichts machen, quasi. Da haben wir nämlich schon alles. Bleiben wir bei 4. Und jetzt würde ich sagen, die oberen hier noch auf 5. Dann ist es in Ordnung. Aber Fitness, die sind fit. Also, das ist nicht das Thema, glaube ich. Dass eher dann die anderen Fähigkeiten so ein bisschen in den Vordergrund kommen. Bin nicht gespannt, ob es was bringt. Und nicht wieder vom Wetter quasi beeinflusst wird. Das hat man ja auch oft. So, Domaschke in 2 Wochen. Ja, das geht. Das ist zwar nicht gerade so schön. Warum ist eine Zerrung in 2 Wochen? Hallo. Das gibt es ja gar nicht. So, Waldschmidt. Was hat er denn gemacht? Hat sich in 3 Fähigkeiten verbessert. Also, guckt euch das mal an. Also, normalerweise, ihr habt recht. Das müsst ich oben lassen. Der darf nicht normal sein, wenn er in der 2. Mannschaft rumdümpeln. Der hat Fähigkeiten 64 jetzt, mittlerweile. Dass man den irgendwie mal bringt. Dass man sich halt Spiele rausguckt, wo man sagt, da passt es. Man hat es ja gesehen, als, ich glaube, Paulsen verletzt war. Oder Werner. Ich weiß nicht mehr, wo er reingekommen ist und sofort ein Tor gemacht hat. Versöhnung nach dem Training. Sumo, Salo und Jung. Sehr schön. Also, die haben sich da bei alkoholfreiem Bier im Vereinsheim, haben sie sich zusammengehockt und haben Frieden geschlossen. Ich hätte sofort den Doppelkorn ausgepackt. Aber anscheinend war das gar nicht nötig. Super. Das heißt, wir haben keine Feinde mehr in der Mannschaft. So, Jake Cassidy. Linfield FC. Schönes Wappen. Naja, aber brauchen wir nicht mehr, ne? Der war damals interessant. Aber dann kam natürlich die Spieleflut, die warten. Und deswegen, jetzt hat er Pech gehabt. Tolchai Chigechi. Das war übrigens der Richtige. Wie mir heute gesagt wurde, war das ja schon mal gut. Trainingslager beginnt. Scouting abgeschlossen. Ich muss mal gleich gucken, ob auch die zweite Mannschaft noch Trainingslager machen darf. So, leider kein Level aufgestiegen, hat aber viel gelernt. Naja. Indem wir das mal so zur Kenntnis und schicken den demnächst dann nochmal. Die können kein Trainingslager machen, aber ich glaube, Freundschaft spielt, das passt. Amateurstadion, können die ruhig spielen. Und auch gerne mal gegen eine starke Mannschaft, auch gerne mal gegen Duisburg. Überhaupt kein Problem. Also es ist besser, sich dann gegen so Spiele einzutrainieren. Das System quasi zu verinnerlichen, als dann nur irgendwelche Mannschaften abzuschießen und dann quasi dumm aus der Wäsche zu gucken, wenn die Saison wieder anfängt. Also das ist schon absolut klar. Jugendmannschaft, die können wir mal wegschicken. Ich weiß nicht mehr, wie lang. Sieben Tage könnten die noch. Schicken wir die auch mal hier hoch. Oder müssen wir eigentlich gar nicht, weil die müssen nicht spielen. Das heißt, die können auch dann ruhig irgendwo, ja, irgendwo hier nach Deutschland oder so. Muss ja jetzt nicht da oben sein. So, alle Jugendteams, sieben Tage, passt. Schicken wir die nochmal hin, das kann eigentlich nur gut tun. Ja, und jetzt geht's schon los. Wir haben das Spiel hier gegen Norrköpping. Da mache ich dann wieder so, dass ich Textmodus mache und das dann mit dem Hasen beschleunige. Jetzt, wo ich Bescheid weiß, geht es. Was hat er? Eigentlich gar nichts. Also es war ja noch dieser Streit quasi mit Sumusalo, der jetzt belegt ist, behandelt ist. Bereinigt ist. So, sehr verbessert ist natürlich kompletter Käse. Aber gib im Training alles. Das mache ich jetzt auch bei den Jungs noch, die neu sind. Um rauszufinden, wo das Limit ist von denen. Ja, ich lerne dazu. Ich behalte mir auch teilweise viele Sachen. Muss ja auch sein. So, da ist momentan jeder am Limit. Dahut. Gib im Training alles. Das kommt bei ihm zum Beispiel schon mal gut an. Finde ich klasse. Jakob. Oldhoff. Auch bei ihm. Jetzt noch mal ein bisschen was. Palacios. Ne, ich wollte das hier. Na, bei ihm nicht. Ich kann das ja ruhig machen. Also momentan läuft es ja. Momentan läuft es ja. Waldschmidt. Ja, auch bei ihm. Ist nicht schlecht dieser Tipp. Wirklich. Also Frustration. Wer ist denn das? Nur Kleinigkeiten. Ist egal. Fehlende Ziele. Müssen wir auch auf jeden Fall mal nachgucken. Will Stammspieler sein. Erste Mannschaft. Der ist aber noch relativ neu. Deswegen kann ich auch da dran momentan nichts machen. Palacios möchte sich verbessern. Das kann er schaffen. Da muss ich nichts sagen. Einige Matches spielen. Einige Matches spielen. Möchte fair bezahlt werden. Und er auch. Und Röttger will einen neuen Vertrag haben. Wenn ich jetzt mal sage, Röttger runter, dann geht glaube ich das hier auch ein bisschen hoch. Und wir haben die Möglichkeit, ihn vielleicht noch zu verkaufen. Wir haben ja mit Palacios unten einen, der für die zweite Mannschaft diese Rechtsaußen sehr, sehr gut spielen könnte. Dann habe ich nur das Problem, dass mit Grostanich das wieder nicht funktioniert. Das ist halt das Ärgerliche. So, Aktion, Spielergespräche. Die zweite Mannschaft spielen. So. Man will das ja nicht komplett hier vermasseln. Nämlich ab und liegen. Ich wollte ihn jetzt mal runterschieben. Aktion. So, wir machen mal für die nächsten vier Wochen. Glaube ich. Dann kommt er wieder hoch. Und jetzt schaue ich mal, dass wir ihn anbieten können. Der kann ja eigentlich auch die Position spielen. Ja, Grostanich ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Machen wir mal Spiele anbieten. Mal gucken, was jetzt ist. Theoretisch würde es jetzt hier gehen. Dritte Liga ist jetzt auch interessant. Da sucht aber keiner. Ich gucke mal gerade zweite Bundesliga. Düsseldorf vielleicht. Nee. Paderborn, Duisburg. Ich glaube, hier kann ich lange klicken. Aber ich meine, er hat jetzt ja zumindest Interessenten oder er interessiert sich für die anderen Mannschaften. Auch in unteren Ligen. Aufgrund dieses Verschiebens. Mal schauen, ob der Berater da was findet. Ich meine, ablösefrei kommen. Das muss ja eigentlich fast funktionieren. Ja. Sieh mal einer an hier. Wir würden zumindest das Gehalt einsparen. Das heißt, wir haben ja momentan das Gehalt so ein bisschen auf einer niedrigen Stufe. Ihr habt es ja gesehen. Das würde sich damit natürlich erledigen. Sind Mannschaften unisono aus der dritten Liga? Das nehmen wir natürlich auch alles an. So. Die drei Mannschaften. Bin mal gespannt. Meistens geht es relativ schnell. Es könnte halt ein Problem sein mit dem Gehalt. Das sehe ich absolut noch. Darf man sich nicht so früh sicher sein. So, Cover-Angebot für Steffen Lang. 1,4 Millionen. Ja, jetzt wollen die natürlich alle. Jetzt wollen die alle. Wir müssen das nicht unbedingt. Weil wir könnten theoretisch auch sagen, wir behalten ihn. Und müssen dann im Sommer verkaufen. Wenn er nicht verlängern möchte. Ja, deswegen. Wenn ich das jetzt ablehne. Ich glaube, der hat ja schlechte Laune. Schauen wir mal. Ich probiere es. Ich riskiere das mal. So, wir haben dann jetzt Carina. 1987. Boah, die ist geil, die alte, ne? Die ist geil. Würde ich mal sagen. Die ist nicht dumm wie ein Toastbrot. Hat man nämlich meistens hier im Fußballmanager. Die ist geduldig. Das heißt, ich muss hier gar nichts machen. Und ich kann die zwei Jahre ignorieren komplett. Und die hat immer noch gute Laune. Die gibt, ich weiß nicht, gibt die viel Geld aus, wenn das hier oben ist oder wenn es hier unten ist. Aber die Kohle ist mir eigentlich wurscht. Ich kann damit ja eh nichts anfangen. Und Fußballbegeisterung muss auch nicht unbedingt sein. So, schenken wir dir mal was. So. Wo bin ich jetzt? Beziehungsweise wo möchte ich hin? Wir haben jetzt das Spiel. Das heißt, ich wollte wahrscheinlich die Mannschaft einstellen. Wir lassen auch heute mal Jonas Klein spielen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der die komplette Vorbereitung spielt. Vielleicht ein Spiel macht dann am besten das letzte hier. Macht dann am besten Coltorti, dass er wieder reinkommt. So, Marcel Schreier darf heute auch spielen. Weil lang, ähm, ja, wenn er nicht verlängern möchte, so muss Salo auch mal für Jung. Also, dass wir jetzt vielleicht mal die ganzen Jungs hier probieren, die neu sind. Palacios. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, auch eine gute Mannschaft. 704. Das heißt, wir können hier nicht zu viel machen. Diego Demme. Ja, nehme ich mal mit rein. Kann auch eigentlich mal für Kimmich spielen. Mit einer 66. Ist so in Ordnung. Da Hut haben wir hier noch mit einer 62. Lass Kimmich mal komplett raus, dass der dann gegen Gäffle vielleicht wieder spielt. Waldschmidt für Fran mitnehmen. Der darf auch mal spielen vorne für Werner. Ähm, für Paulsen. Für Paulsen. Luge für Papa, würde ich sagen. Oh Gott, wir haben so viele Spieler. Guckt euch das mal an. Das ist relativ viel. Aber gut, das ist jetzt auch momentan nur so, weil die alle eben mitfahren. So, der kommt mal für Villas rein. Der Olchow. Kann eigentlich auch fast mal für Franke spielen. So, wir haben immer noch eine 710. Also, wahnsinnig gute Mannschaft. Jopek, muss ich den unbedingt spielen lassen? Kann der Hut nicht auch zentral? Ja, nee. Noch nicht. Noch nicht. Das muss er erstmal eintrainieren. Äh, Karason konnte das, glaube ich, machen, oder? Ja, auch nicht so wirklich. Auch nicht so wirklich. Dann lasse ich, glaube ich, Kaiser spielen auf der Position. Das ist, glaube ich, besser. Bei Jopek muss ich nicht die Form kaputt machen. Das muss nicht unbedingt sein. So, Leute. Gucken wir mal rein. Textmodus logisch. Das war das so machen. Ähm, ist jetzt wieder relativ lang geworden, die Folge. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich mache das nicht an einem Stück. Dass ich einfach auf die Kommentare eingehen kann, die kommen von euch. Verpflichtungstechnisch, äh, Tipps und Tricks sonstiger Art. Deswegen, äh, ich glaube, nach dem Spiel mache ich einen Cut. Dann haben wir wieder zwei Folgen. Das heißt, ein Tag ist abgedeckt. Und so weiter machen wir das dann. Finde ich eigentlich am besten. So, Textmodus. Ähm, gebt euer Bestes. Weil mit Verlieren und so, das ist Blödsinn. Das ist ein Vorbereitungsspiel. Deswegen, das sehe ich jetzt nicht so eng. So, Hase. Ähm, ja. Das ist der Nachteil am Textmodus, dass jetzt hier sogar die Musik von uns gespielt wurde. Obwohl wir ja eigentlich nominell gar nichts getan haben, ne. Wir sind ja nicht zu Hause. Wir sind ja in Schweden. Komplett Ivo abseits. So, der geht raus. Mit einer super Note. Auch Anthony Jung kommt rein für Sumo Salo mit einer 2,5. Dann haben wir Matuschka. Da könnte ich sagen, fand ich für ihn. Ansonsten bleiben die stehen Schreier. Schreier. Wir können da noch hin. Haben wir vielleicht noch sonst einen, der da hin könnte? Nö. Nö, dann bleibt er stehen. Da bleibt er erstmal stehen. Und ich denke mal, dass wir, ja, müssen die spielen jetzt hier. Müsste es sein. Ansonsten könnte ich jetzt sagen, dass wir den, dass wir den Co-Trainer das wechseln lassen. Aber, wenn ich einen sehen möchte, dann ich gehe noch Dahut. Ach komm, wir lassen das den Co-Trainer machen. Der kann ja auch nicht so viel verbocken. Ich hoffe es zumindest. Wir gucken gleich mal drauf. Gucken dem auf die Finger, wenn das Spiel fertig ist. So, alles verschnellert hier. So, jetzt liegen wir 2-0 hinten. Also, 1-2. Der Vandrich hat es quasi noch am Ende mit einem Tor nochmal spannend gemacht. Ja, 2-1 gegen so eine Mannschaft ist jetzt nicht schön. Aber ich glaube, das kann man verkraften. Ich habe natürlich jetzt auch, oh Gott, bin ich bescheuert. Ich habe natürlich jetzt auch komplett die Halbzeitansprache vergessen. Komplett. Das nervt mich jetzt gerade. Ich habe trotzdem 4 Ansprachpunkte gewonnen. Weiß auch kein Mensch warum. Das hätte man nicht verlieren müssen. Wir waren, zumindest von den Chancen her, ebenbürtig. Vom Ball bis jetzt sogar besser. Und dann haben sie hier, sind sie eingebrochen. Zweimal Doppelschlag. Innerhalb von 2 Minuten. Ach jo. Schauen wir mal, was das jetzt ausmacht. Kyle Walker, FC Liverpool, 36,5 Millionen von Tottenham. Muniain wechselt schon wieder von Barcelona nach England. FC Arsenal, 16 Millionen. Und dann haben wir noch Orlando, Obando aus der Castilla von Real Madrid zu Paris Saint-Germain. Also die haben da wieder mal die Geldscheine rüber wachsen lassen. Niederlagen sind nie schön, ganz ehrlich, aber mir ist es lieber, die verlieren gegen so eine Mannschaft, die wirklich auf Augenhöhe spielt. Dass es halt wirklich dann Vorbereitung ist für die Rückrunde. Als wenn die jetzt da gegen kleine Mannschaften spielen, die wegballen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt bei der zweiten. So, jetzt spielen wir mal gegen Gäffle. Und ja, Anthony Jung ist immer noch schlecht gelaunt. Was geht da ab? So gut trainiert. Ich will den jetzt mal ein bisschen loben, dass das vielleicht hoch geht. Ja, geht doch. Jetzt haben wir den zumindest mal wieder hier im hellgrünen Bereich. Ja, bei Demma hat es nicht so wirklich gefruchtet. Mit dem Spiel. Aber ansonsten nicht so verkehrt von der Form. Und ich glaube, jetzt lassen wir mal die beste Formation spielen, dass wir hier reinkommen. Das heißt, was ist mit... Eine Schreier hat eine 13er Form. Dann lassen die noch stehen. Warum sollte ich nicht... Macht ja eigentlich Sinn. So, der Steffen Lang kommt dann zumindest hier auf die Bank. Ich überlege gerade, lasse ich jetzt Coltorti spielen? Oder mache ich das im nächsten Spiel? Gegen Malmö, 724. Ich meine, es wird nicht gerade weniger von der Stärke. Das ist jetzt nur die schlechteste Mannschaft, die wir jetzt noch haben im Programm. Deswegen lieber jetzt Coltorti. Und für die nächsten Spiele dann nochmal den Jonas sehen. So, Sire. Dann mal Franke. Ja, Oldhoff ist im Moment gut. Deswegen setze ich das mal so um. Ich glaube, wir machen das Spiel jetzt auch noch. Und dann sind wir zumindest in der Hälfte. Und dann ist es auch in Ordnung. So, die haben nur 1-0 verloren gegen Duisburg. Also klasse, ne? Klasse, die zweite Mannschaft. Was sie da machen. So, Möhwald verlängert. Jalzin auf Transferliste. Röttger wechselt. Also geht zu Sandhausen. Also der ist jetzt quasi weg. Also bye-bye. Salzburg möchte den haben. Den Jalzin. Oh jo. Aber ihr habt ja gesehen, was wir da für ein Potenzial auf der DFM-Position haben. Jetzt auch mit Dahoud. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt den auch noch holen. Das ist schon in Ordnung. Fandrich hat sich eigentlich verdient zu spielen. Aber die anderen sind auch so stark momentan. So, ich nehme mal Palacios mit rein. Luge mal raus. Und dann sagen wir mal, Papa spielt hier auf der Seite. Paulsen. Ich kann ja Palacios mal einwechseln. Das sollte ja nicht das Thema sein. So, Daniel Frahn. Mal für Waldschmidt mitnehmen. Und Tim Sebastian muss auch mal wieder mit. Den müssen wir mal wieder aufpäppeln. Der ja sehr gut gespielt hat. Vor seiner Verletzung. Ja Leute, jetzt macht bitte keinen Quatsch. Mensch macht das Spiel jetzt zumindest nicht mit einer Niederlage zu Ende. Weil das wäre dann schon bitter. Zwei Spiele gemacht, zwei verloren. Das wäre mir ein bisschen viel. Ich glaube, jetzt hören wir gleich die Musik wieder. Dann halte ich meine Schnauze und dann ist alles bestens. Der Sieg ist heute möglich. Da kommt man sich so doof vor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie ich es hasse. Ich weiß jetzt wieder nicht, was es ist. Ich weiß jetzt wieder nicht, was es ist. Gott. Wir liegen hinten und dann sowas. Wir haben Schreier mit einer 5. Da gibst du dem das Vertrauen und dann... Ach je. Ach je je. Jetzt vergesse ich das aber nicht. Wir lassen sie nicht davonziehen. Ich hoffe mal, dass das funktionieren wird. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja furchtbar hier. Ach Mensch. Überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Die Stimmung ist im Eimer, ne? Zumindest haben die das gut weggesteckt. Zumindest steht hier so. Ach. Matuschka war gut. Jopek mit Abstrichen. Aber ansonsten Papa noch mit der 3. Aber sonst war das ja echt gar nichts. Das war ja echt gar nichts hier. Wir können auch 6 mal wechseln. Theoretisch. Ja, will ich irgendwas wechseln? Ich glaube, lassen wir erstmal. Wir lassen den Co-Trainer das machen. Ich hoffe mal, er bekommt es irgendwie auf die Reihe. 2. Oder Halbzeit. Mal schauen. 1 zu 1 zumindest jetzt. Wäre ein Erfolg. Wäre ein Erfolg. Auf alle Fälle. Der Fandrich mit einer 1,5. Also, es kommt nicht von ungefähr. Der hat jetzt 2 Spiele gemacht. 2 Mal eingewechselt worden. 2 Mal sehr gut. Also, das muss man wirklich mal lobend anerkennen. Ja, 50-50 haben wir hier. Ist jetzt nicht schlecht. Ist aber auch nicht gut. Weil wenn man auf die Noten der Defensive guckt. Das war ja gar nichts, ne? Aber wir sind ja dafür da, um die einspielen zu lassen. Da waren jetzt 2 neue Jungs hinten drin. Sumu, Salo und Olthoff. Das geht eben nicht von Anfang an. Wir kasieren so viele Gegentore. Das ist einfach klar. Hinten klappt es momentan nicht. Weil vorne sind wir gut. Und wir nutzen teilweise auch den Ballbesitz nicht aus. Das war jetzt echt ganz bitter. Jetzt weiß ich nicht, was hat denn der Timo? Was hat der? Und jetzt wollen wir erstmal hier schauen. Was läuft denn hier aus? Jonas Klein. Ich will mal gerade probieren. Och Gott, ja. Bitte. Bitte, danke. 5.000. Wieso will der so wenig verdienen? Das verstehe ich nicht. Du wirst langsam ans Team herangeführt. Das ist ganz wichtig. Große Zukunft, ne? Weil das soll natürlich so sein, dass der unser Torwart wird dann. Wenn Kultuartier aufhört. Was ja normalerweise auch nicht mehr ewig spielen wird. So. 15. 4 Jahre ist klasse. Natürlich müssen wir hier gucken, dass wir Erhöhungen drin haben. Da einiges. 6% nehme ich da rein. Gehaltskürzung 10. 10. Zu 0. Wir machen dann 100 rein. Wir machen hier eine 200 bei Auflauf. Erstes Länderspiel. Nee. Ist das ein Ansporn für so einen Kerl? In meinen 17 Jahren? So. Warte mal. 30. Aber gut, dann macht er sich vielleicht zu viel Druck. Nee, lass ich weg. Lass ich weg. Das muss man jetzt nicht machen. Das soll natürlich ein bisschen mehr verdienen. Weil es bringt mir jetzt nichts, wenn der dann irgendwann demnächst wieder rummeckert. Wir machen 175. Das ist dann ein bisschen mehr, als er jetzt bekommt. Ich hoffe immer, dass es funktioniert. So. Hat er vorliegen. Was haben wir denn noch Schönes hier drin? Dennis Slamar von Braunschweig. Brune. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwen kenne. Wer mir bekannt ist. Jan George kennt man. Aber die sind auch schon wieder alle relativ alt und können nichts. Oder zumindest wenig. Wenn man das mal daran misst, was wir für Spieler haben. Mit 17 Jahren. Der Ballschmidt zum Beispiel hat da eine 61. Also. Das spricht schon Wände. Der Francesco Vitiello. Ob der links außen spielen kann? Das wäre jetzt die Frage. Könnte er? Könnte er? Wo kommt denn der her? Novara Calcio. Interessant. Ablösefrei geholt. Ablösefrei. Ich könnte ja mal gucken. Der ist noch nicht fertig gescoutet. Machen wir. Den fände ich nicht schlecht. Wenn das irgendwie machbar wäre. Für die Linksaußenposition. Ja. Ganz nett. Ansonsten würde ich jetzt ungern irgendwas holen. Hier. Dennis Slamar eventuell noch. Aber wir haben ja so viele Verteidiger. Zweieinhalb Talentstirne schreckt mich dann auch eher ab. Also es hilft. Den Markus Kroz. Die alte Krozbirne. Er kann aber leider nicht außen spielen. Das ist das Doofe. Das ist das Doofe. Nee. Also ich nehme auch mal rein. Man weiß ja nie. Ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben zu dem. Ich meine nominell ist es nicht schlecht. Mit 65 und 19 Jahren. Das geht schon. Erste Liga gucken wir auch mal rein. Was da drin ist. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Mit Prestige und so weiter. Alter. Kenne ich jetzt auch nicht so wirklich. Korrell Günther kenne ich. Loris Karius kenne ich. Räder. Sonny Kittel. Funk. Ja. Den hatten wir ja drauf gehabt. Dass man da eventuell was macht. Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, dass Lewandowski ausläuft oder was? Oh Gott. Das läuft echt aus hier. 23 Wochen verletzt. Meine Güte. Schädelbruch. Boah. Bitter. Ganz bitter. Ja. Ihr könnt ja mal schauen hier. Dass wir da eventuell. Wenn ich da was übersehe. Das kann natürlich immer was sein. Aber hier oben haben wir eigentlich nur Alte. Und der Tobias Flottmann von Schalke ist dann der nächste Jüngere mit 19. Großer Sprung natürlich. Ja. Korrell Günther. Innenverteidigung. Aber wie gesagt. Wir haben sehr viele junge Innenverteidiger. Ist genau das gleiche Problem wie den Stürmern. Deswegen ich lasse es erstmal. Ach so. Was ist jetzt mit Timo? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen unten. Jonas hat auf jeden Fall verlängert. Das ist schön. Die Musik. Ach so. Ich habe ja gar keine Musik. Auch ich bin so lustig. Ah. Ich wollte schon sagen. Die Musik ist so ruhig. Das ist kein gutes Zeichen. Timo Werner. 13.02. Außenband. Anriss. 13.02. Das heißt. Der ist jetzt erstmal weg. Für drei Wochen. Boah. Das regt mich auf. Warum muss der sich immer verletzen? Der war doch letztens schon immer. Das war zum Glück nur kurz. Aber jetzt drei Wochen. Das heißt. Der spielt dann gegen Auer auf jeden Fall schon mal nicht mit. 13.02. Das heißt theoretisch gegen Pauli. Aber ob du dann fit bist auf Anhieb. Kann man auch nur spekulieren. Ich meine. Wenn eine Verletzung. Dann jetzt. Dann ist es richtig. So. Das ist auch Spielerverärgert. Was haben die denn alles für Probleme? Das ist ja nicht normal. So. Den haben wir jetzt. Alles bestens. Kann uns keiner mehr wegnehmen. 135.000 Marktwert. Ich denke mal das steigert sich dann auch. Wenn der in der ersten Mannschaft bleibt. Mark Hübner. Wer ist er denn? Hat überzeugt. Mit anderthalb Talentstern. Also Respekt. Das ist beendet worden. Scouting abgeschlossen. Nabiulien. Und Fabio Krafcik. Immer nur die schlechten. Ich würde mal gerne. Dass der Kostanitsch da mal explodiert. Das hätte ich mir gewünscht. So. Wir sind jetzt bei Malmü. Das heißt. Werner müssen wir rausnehmen. Nehmen wir Waldschmidt mit. Das ist natürlich jetzt eine Chance. Das ist die Chance. Worauf er natürlich gewartet hat. Logisch. Fran. Ist noch von der Stärke her natürlich besser. Aber. Man muss natürlich auch gucken. Dass man den. Dass man den Waldschmidt wirklich fördert. Muss einfach sein. Man sieht ja. Was es dann für einen Ertrag haben kann. Mit. Timo Werner. Wen nehme ich hier raus? Kann ich nicht. Also Fandrich mit einer Form von 16. Was soll ich da rausnehmen? Keine Ahnung. Höchstens Jopek. Dass man das so mal probiert. Dahut. Da nehme ich nochmal den Demme mit. Demme müsste eigentlich auch nochmal spielen. Dass er reinkommt. So. Wo habe ich denn den Jungen? Der müsste eigentlich auch nochmal dran. Sumosalo hat jetzt eigentlich die ganze Zeit durchgespielt. Von daher ist es in Ordnung. Steffen Lang. Kommt auch rein. Oldhoff nehme ich mal raus. Der muss aber eigentlich drin bleiben. Zumindest auf der Bank. Weil. Ihr seht es mit der Fitness. Die müssen wir aufbauen. Dafür sind wir ja auch da. Tobias Villas. Ich nehme mal Villas nochmal mit. So. Christian Müller. Für Schreier. Kimmich. Jopek. Palacios. Ähm. Palacios. Was kann ich denn da mal machen? Vielleicht den Karason mitnehmen. Wo kann der? Der konnte glaube ich zentral spielen. Oder? So wie ich das eben gesehen habe. Ja. Weil den müssen wir auch. Der ist so ein bisschen unscheinbar. Weil der eigentlich mit dem offensiven Mittelfeld. Der denkt so. Der passt da nicht rein. Und so. Aber. Das ist schon nicht schlecht. So. Schul mal deinen Fuß. Deinen schwachen. Drei. Ne. Das heißt. Wenn er auf eine Vier käme. Könntest du den auch wirklich ohne Probleme dann irgendwo links hinstellen. Aber momentan sieht man da leider keine Position. Was für ihn passen würde. Okay Leute. Leider diese doofe Verletzung. Was mich gerade ehrlich ganz anpisst. Das mal so auszudrücken. Man kann es sich aber nicht aussuchen. Wir machen jetzt genauso weiter wie wir es uns vorgenommen haben. Haben jetzt noch zwei Partien. Gegen Malmö und gegen Stockholm. Zwei sehr starke Gegner. Die wirklich auf Augenhöhe sind. Und dann. Kommt erzgebige Aue. Neunter Zweiter. Das sieht noch relativ weit aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht ob wir hier noch ein Spiel drin haben. Da haben wir nichts. Dann haben wir hier auch nichts mehr. Das heißt vielleicht. Dass wir hier. Wir könnten ja theoretisch noch eins machen. Hier vor Aue. Dass man drin bleibt einfach. Wir wollten ja einen einladen. Genau das hat sich ja zerschlagen gehabt. Belgien. Können ja mal Mannschaften nehmen. Die wir sowieso scouten lassen. Aber die sind natürlich alle sehr stark hier. Südtirovarigen könnten wir mal probieren. 30.000 Antritt. Ja. Kann man mal probieren. Also von der Stärke her eine Mannschaft. Wo du dich dann einschießen kannst. Es ist kein absolutes Obst. Du bist also quasi auch gefordert. Mal gucken. Wir schauen mal. Damit verabschiede ich mich von heute. Von euch. nicht so schön gelaufen ist jetzt das Trainingslager. Aber ich glaube das hat man in der Vorsaison auch. Und dann sind wir ja aufgestiegen. Also vielleicht ein gutes Vorzeichen. Würde mich freuen. Wenn ihr wieder dabei seid. Bei der nächsten Folge. Schreibt mal fleißig rein unten. Was ihr für Tipps habt. Bis dann. Euer Baumi. Euer Baumi.